Du spielst, geh den Ball jetzt zu, du spielst mit dem Ball zu und sie fängt den Trennschaden, du fängst den Trennschaden, genau. Hey, du wachst es jetzt an. Und jetzt gehst du hier hin, drehst dich und stellst den Ball jetzt hoch auf. Und zwar, wo soll denn dieser Stelle auch noch hinkommen? Ja, da nicht. Hier ungefähr. Da soll er hinkommen. Und jetzt spielst du da mit dem Ball an, spielst du den hohen Bogen auf diesen Punkt, dass er da runterkommt. Und wann läufst du los? Wir laufen erst los, hör bitte zu, wir laufen erst los. Laufen wir uns nicht erst los, wenn der Ball fast den oberen Punkt erreicht hat. Und bist jetzt losgelaufen.